...Ring des heutigen Tages, bevor wir zur Auswahl der Siegerstute kommen. Und die 24, 40, dann einmal nach vorne hier an die Stange. Und die 21 und die 15, halten Sie sich jetzt bitte bereit, gleich im Anschluss noch der Endring. Und ich übergebe mir ein Mikrofon an meinen Kollegen. Vielen Dank. Die letzte Klasse hier, der älteren Stute oder der älteren Stuten. Wir sehen, dass da Leistungen vorhanden sind, sei es in der Zucht- oder auch in der Freizeitbreitein. Im ersten Namen, die Nummer 24...